95% der Unternehmen sind sich bewusst, dass KI die Arbeitslast der Infrastruktur erhöhen wird. Aber nur 17%, also 17% verfügen über Netzwerke, die flexibel genug sind, um diese Komplizität zu bewältigen. Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache. Hallo und herzlich willkommen zu den IT-Komplizen. Heute darf ich wieder einen neuen Komplizen bei mir begrüßen und ich bin sehr stolz. Hallo Farouk. Hallo Peter, danke für die Einladung. Farouk, Eingang schon erwähnt, ich bin sehr stolz. Magst du kurz erklären, was dich zu uns bringt und warum wir dich eingeladen haben? Mein Name ist Farouk Sari und ich arbeite zurzeit als technischer Leiter in der deutschen Partnerorganisation bei Cisco. Mein Team und ich, wir widmen unserer Zeit der ganzheitlichen und technischen Entwicklung des Cisco-Partners in Deutschland, Peter. Und in der Rolle beschäftigst du dich auch mit zukünftigen Trends und Entwicklungen und vor allen Dingen auch mit Produkten. Du hast da sehr, sehr viel Erfahrung und davon will ich heute ein bisschen was hören. Und zwar zu dem Thema, was du leidenschaftlich mitbegleitest, das Thema künstliche Intelligenz. Da hast du ein sehr großes Interesse dran, richtig? Ja, absolut, absolut. Ich verfolge die Entwicklung hier schon etwas länger. In jüngster Zeit hat die KI-Technologie unter anderem durch das KI-Sprachmodell wie ChatGPT viel öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt. Das Potenzial und die Chancen, welche sich durch die Technologie bieten, sind riesig, meiner Ansicht nach, Peter. Glaube ich auch. Unternehmen sind im Wettlauf weltweit, ihre Geschäfte mit generativer KI zu transformieren. Und das ist eine massive Aufgabe für uns alle. Und gleichzeitig gibt es auch berechtigterweise Bedenken hinsichtlich Genauigkeit, Datenschutz sowie der ethischen und verantwortungsbewussten Nutzung von KI. Schon alleine durch diese einleitenden Sätze klingt raus, dass du dich intensiv damit beschäftigt hast. Stimmt das? Gut catch, gut catch. Wer die Zeit im Alltag erlaubt, beschäftige ich mich sehr gerne mit der gesellschaftlichen und technischen Entwicklung dieser Technologie. Aber vorneweg, lieber Peter, ich bin kein KI-Experte. Was für mich jedoch wichtig ist, eine Meinung dazu zu haben. Und super passend zum heutigen Austausch möchte ich dich und die Hörerinnen und Hörer auf eine Cisco-Studie aufmerksam machen, die vor kurzer Zeit unter mehr als 8000 Führungskräften in 30 Ländern durchgeführt wurde. Und zwar heißt die Studie Cisco AI Readiness Index. Ich habe die Studie selbst durchgelesen und sie ist ziemlich gut und die Ergebnisse recht interessant. Wir werden den Zuhörern zu der Serie hier in den Shownotes die Möglichkeit geben, selbst auf den Link zu klicken und diese Studie zu lesen. Aber gibst du uns ein paar Einblicke, was du durch das Lesen gelernt hast? Was mir besonders aufgefallen ist, 95% der Befragten gaben an, dass sie bereits eine KI-Strategie implementiert haben oder sich in der Entwicklung befinden. Dennoch sind 86% nicht bereit, KI in ihre Unternehmen zu integrieren. Spannend. Außerdem hat die Studie einige wesentliche Lücken hervorgehoben, beginnend mit der Infrastruktur. 95% der Unternehmen sind sich bewusst, dass KI die Arbeitslast der Infrastruktur erhöhen wird. Aber nur 17%, also 17% verfügen über Netzwerke, die flexibel genug sind, um diese Komplizität zu bewältigen. Weiterhin gaben 97% der Befragten an, dass die Dringlichkeit, KI-Technologien in ihren Organisationen einzusetzen, in den letzten sechs Monaten zugenommen hat. Dabei haben die Bereiche, keine Überraschung, IT-Infrastruktur und Cybersicherheit die höchsten Prioritäten. Und daraus ergeben sich massive Chancen für den gesamten Markt. Du hast jetzt IT-bezogene Themen, IT-Sicherheit, IT-Infrastruktur genannt, da kommen wir auch gleich dazu. Aber es gibt ja auch Supply-Chain-Anforderungen, Kundensupport-Anforderungen. Also KI ist ein weitreichendes Spätpunkt. Wenn ihr von Cisco da drauf schaut, was macht ihr denn im Bereich KI? KI bei Cisco wird in zwei Bereichen unterteilt. Erstens, wir als Cisco nutzen KI, um unsere Lösungen zu fädeln. Und zweitens, wir bieten Produkte und Lösungen an, um KI-Infrastruktur aufzubauen. Fangen wir mal mit der Nutzung oder wie ihr euch KI zum Nutzen macht, um eure eigenen Produkte zu verbessern. Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Sehr gerne. Und lass uns mit Webex anfangen. Webex ist in der Nutzung von KI ganz weit vorne. Wir haben auf der Webex One im Oktober 2023 die neue KI-Strategie vorgestellt. Und Ziel ist hier, die Kommunikation und die Zusammenarbeit besser zu machen. Im Bereich Video-Intelligenz möchte ich gerne die Funktion Super Resolution hervorheben. Mit Hilfe von generativer KI können wir eine übertragene Auflösung von 270p wieder auf 1080p hochskanieren. Das Ergebnis ist ein gestochen scharfes und, ganz wichtig, verlustfreies HD-Video-Bild. Und damit sagen wir Tschüss zur schlechten Video-Qualität wegen geringer Bandbreite. Und in puncto Sprachintelligenz haben wir den Webex KI-Assistenten eingeführt, der den Nutzer mit zahlreichen Funktionen unterstützt. Nehmen wir mal an, lieber Peter, du hast einen stressigen Tag, ein Meeting, folgt dem einen nach dem anderen. Vielleicht hast du sogar auch Meetings und Chat-Nachrichten verpasst. Hier kann dein persönlicher Assistent dir ungemein helfen und dabei sicherstellen, dass du keine wichtigen Informationen übersehen hast. Nämlich, der Assistent stellt für dich eine Zusammenfassung von Meetings und Chat-Nachrichten und generiert Aktionspunkte vor, die dich betreffen. Mhm, okay. Aber, aber, meine Lieblingsfunktion bei Webex ist und bleibt die Geräusch-Untertrittungsfunktion powered by KI. Für mich ist das ein Must-Have im Homeoffice. Vor allem hilft es bei mir mit zwei Mädels, wenn sie anfangen mit Helena Fischer zu singen, ich bin frei, ich bin frei. Die Elsa-Eiskönigin-Fans unter uns wissen ganz genau, was ich hier sage. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Die Liste der Innovationen geht aber viel länger, liebe Hörerinnen und Hörer und Peter. Daher meine Empfehlung auf www.webex.ai zu gehen und selbst ein Bild über die weiteren zahlreichen KI-Innovationen zu machen. Man könnte, wenn ich es nicht vorher gewusst hätte, davon ausgehen, dass Webex wirklich ein Thema ist, was dich sehr interessiert. Aber wir haben es an der Antwort gehört. Du weißt es sehr detailliert. Und Faruk, Security kann ich mir auch sehr, sehr gut als Thema für KI vorstellen. Warum? Weil es gibt eine Unmenge an Daten. Also ich will nur mal auf unsere vorhergehende Folge der IT-Komplizen. Da habe ich mit einem Kollegen von dir, von Talos, also eurer Security Research Organisation gesprochen. Und der hat mir auch gesagt, es gibt so viel, was man beachten müsste. Ist da aber jetzt bezogen auf ein Unternehmen selbst oder auf einen Administrator oder die Administratorin. Inwieweit kann KI da helfen? Ganz viel, Peter. Ganz viel. Betrachten wir mal das Leben eines Security Administrators oder Administratorin. Meiner Ansicht nach ist es geprägt vom Dauerstress. Sie müssen sich auf die tägliche Gefahr eines Cyber-Eingriffes einstellen. Sie müssen das Netz im Auge behalten. Die Bedrohungen, von denen wir immer wieder sprechen, in den riesigen Datenmengen finden und beseitigen. Sie müssen den Betrieb aufrechterhalten. Ein mittelgroßes Unternehmen besitzt im Schnitt tausende von Firewall-Regeln. Und zu guter Letzt, Personal mit richtigem Skillset zu finden, ist nahezu unmöglich. Und hier kann die KI uns helfen. In dem Fall in Form eines Companions. Anfang Dezember 2023 auf der Cisco Live in Melbourne haben wir den Firewall-Assistenten auf den Markt gebracht. Dieser Assistent ermöglicht dem Admin, in natürlicher Sprache mit dem Firewall zu sprechen und unterstützt ihn in der Policy-Verwaltung, bei der Fehlersuche, aber auch Audit- und Compliance-Aufgaben. Die Komplexität von Firewalls ist vielleicht nicht jedem Hörer bekannt. Also das ist wesentlich mehr, als dass man nur ein Gerät in Betrieb nimmt und das dann das Unternehmen nach außen hin schützt. Sondern da gibt es riesige Regelwerke, die sich regelmäßig verändern. Andere Schnittstellen, die gebaut werden müssen. Andere Protokolle, die freigegeben oder blockiert werden müssen. Da ist auf jeden Fall eine Menge zu tun. Wie genau funktioniert denn so ein Assistent? Kannst du ein Beispiel nennen? Sehr gerne. Die Interaktion ist ganz simpel. Beispiele, hey Cisco Firewall, zeige mir die Access-Policies für die User-Gruppe IT-Komplizen. Oder, hey Cisco Firewall, welche Dubletten habe ich in meinen Access-Policies? Oder, hey Cisco Firewall, erstelle mir bitte eine Access-Policie, die den Zugriff auf Facebook für die User-Gruppe IT-Komplizen blockt. Ganz einfach. Wenn wir Meitor machen, sehen wir auch, dass KI im Bereich SOC auch sehr viel Hilfe anbietet. Und zwar, wir verwenden KI und Machine Learning Algorithmen in Cisco XDR, unserer Extended Detection und Response-Lösung für SOC-Umgebungen, um Anomalien in diesen riesigen Daten zu erkennen und diese zu beseitigen. Es gibt aber, Peter, ganz, ganz, ganz viele weitere Beispiele, wo wir KI nutzen im Bereich Security. Bei Talos in der E-Mail-Thread-Protection oder aber auch bei der Erkennung von Malware im verschlüsselten Datenverkehr. Wir haben jetzt über Collaboration, also Kommunikationslösungen gesprochen, wie ihr die mit KI verbessern könnt, im Security. In der Kernkompetenz, dem Netzwerk, da gibt es bestimmt auch Anwendungsgebiete für künstliche Intelligenz, richtig? Absolut, absolut, Peter. Im Netz oder in einem Netzwerk entstehen ganz viele Telemetriedaten und jedes Endgerät im Netz ist ein Sensor. Und mit dem sogenannten AI-Network-Analytics-Modul im Catalyst-Center schaffen wir einen Paradigmenwechsel im Bereich Netzwerk-Troubleshooting. Mit Hilfe dieses Moduls können wir präzise Erkenntnisse und Einblicke über das Netzwerk gewinnen. Und gleichzeitig bekommen wir sogar vorgeschlagen, wie der Fehler zu beheben ist. Wir haben bei elf Kunden über drei Monate die Nutzung dieses AI-Network-Analytics-Tools beobachtet. Und die Ergebnisse sind wirklich verblüffend. Von den 8000 generierten Ereignissen filtriert die KI nur die wichtigsten 92 Ereignisse aus, die eine Aufmerksamkeit brauchen. Und das ist eine Reduktion, Peter, im Wert von 98 Prozent. Und diese Intelligenz schafft mehr Zeit für die Mitarbeiter, damit sie sich auf die richtigen strategischen Sachen konzentrieren können. Und im Zeitalter des Fachkräftemangels ein wichtiges Instrument. Ganz wichtig für diejenigen, die sich da Sorgen machen, es ersetzt den Menschen nicht, es macht ihm nur die Arbeit leichter. Würde ich jetzt zum heutigen Stand sagen. Definitiv nicht. Wir haben jetzt gehört, wie ihr KI dazu nutzt, um eure eigenen Produkte zu optimieren oder die Benutzererfahrung eurer Produkte zu optimieren. Also da gibt es viele Einsatzzwecke, um Leuten Zeit zu ersparen oder eben auf der anderen Seite um die Produkte angenehmer in der Nutzung zu gestalten. Was macht ihr denn, wenn ein Kunde eine Anforderung hat, ich möchte meine eigene KI-Infrastruktur aufbauen? Was sind da die technologischen Lösungen, die ihr als Marktführer dort anbietet? Fangen wir mal mit der KI-Infrastruktur an, lieber Peter. Wie ist das aufgebaut? Diese KI-Infrastruktur besteht aus ganz vielen GPUs, die fürs Trainieren oder Ausführen der KI-Modelle benötigt werden. Und ein leistungsstarkes Netzwerk. Diese KI-optimierten Netzwerke, die die GPUs miteinander vernetzen, sind ultra schnell, verlustfrei und müssen sehr geringe Latenzzeiten aufweisen. Und Cisco hat meiner Ansicht nach eine einzigartige und differenzierte Position in diesem Bereich. Wir entwickeln eigene Chipsätze für unsere Netzwerkkomponenten, wie zum Beispiel Nexus Data Center Switcher. Diese Silicon One genannten Chips bringen nicht nur die notwendige Bandbreite, die wir brauchen für KI-Workloads, sondern auch die Möglichkeit, über Programmierung zum Beispiel verlustfreie Übertragung zu gewährleisten. Und zusammen mit unseren effizienten und leistungsfähigen Serversystemen aus der UCS-Serie mit GPUs von Nvidia bauen wir zentral verwaltete KI-Cluster auf dem aktuellsten Stand der Technik. Das ist schon richtig, richtig cool. Vielleicht sollte man für den Hörer noch dazu sagen, der das noch nicht schon weiß, wovon ich bei den meisten IT-Hörern ausgehe, GPUs sind Grafikprozessoreinheiten, die man zusätzlich zu den eigentlichen CPUs in Servern betreibt, um parallele Rechenprozesse deutlich schneller zu berechnen, als es tatsächliche CPUs können. Spot on, spot on, Peter. Auf der Live in Amsterdam im Februar haben wir die nächste Phase unserer Partnerschaft. Wir haben mit Nvidia angekündigt, um Unternehmen einfache cloudbasierte und lokale KI-Infrastruktur anzubieten. Nvidia's neueste Tensor Core GPUs sind in Cisco's M7-Generation der UCS-Rack und Blade Server verfügbar. Weiterhin ist es auch interessant, dass Nvidia AI Enterprise Software Kit nun in der globalen Preisliste von Cisco verfügbar ist. Mit diesem Software Framework, Peter, kann man sogar mithilfe von vorab trainierten Modellen und Entwicklungstools KI-Anwendungen realisieren. Also es ist ein Vehikel zur eigenen AI-Infrastruktur und man kann vor allen Dingen auch die Modelle selber entwickeln. Das ist auf jeden Fall sehr benutzerbezogen. Genau. Wenn du von den Netzwerken zwischen diesen Rechenknoten sprichst. Also wir haben auf der einen Seite Server, die haben GPUs. Umso größer das Ganze skaliert, umso mehr müssen die miteinander vernetzt werden. Frühere Cluster mit hochverfügbarkeits- und hochperformanten Anforderungen wurden gerne mit der Technologie InfiniBand miteinander vernetzt, weil sie eine sehr flache Hierarchie hat, sehr einfach ist, aber nicht so einfach zu verwalten ist. Was ist eure Antwort auf diese Herausforderung? Das ist eine sehr gute Beobachtung. InfiniBand ist teuer und proprietär. Und neben Betrieb und Kosten ist auch das Talentpool von Netzwerkprofis, die ein Ethernet aufbauen und betreiben können, bedeutend größer. Ethernet, aus unserer Sicht, entwickelt sich weiter, um die speziellen Anforderungen der KI-Workloads gerecht zu werden. Und da tun wir als Cisco sehr viel. Als aktives Mitglied im Ultra Ethernet-Konsortium arbeiten wir gemeinsam mit auch anderen Herstellern, damit Ethernet aufgebaut wird für KI-Workloads, beziehungsweise ergänzt wird mit Techniken. Und wir haben auch validierte Referenzarchitekturen für KI-Netzwerke veröffentlicht, die sogenannten Cisco Validated Designs. Und zu guter Letzt, wir gehen fest davon aus, dass Ethernet zukünftig die KI-Netzwindung nominieren wird. Das ist ja eine Technologie, die ihr mitentwickelt habt im Ethernet-Bereich, also mit Multiprotokoll-Routern gestartet. Habt ihr auf jeden Fall Ethernet schon häufiger als das Vehikel zur Zukunft gesehen? Das war, Telefonie war das erste, Fiber Channel war das zweite, jetzt wieder. Also das ist auf jeden Fall was, worauf man setzen kann, weil man vor allem standardisiert und die Netzwerktechnologie und Topologie von dem Workload unabhängig macht, sondern nur sie befähigt, verschiedene Workloads zu priorisieren oder eben verlustfrei zu gestalten, was Ethernet per default ja nicht ist. Also sehr, sehr interessanter Aspekt, vor allen Dingen auch, weil man dann nicht dedizierte Komponenten braucht, die man dann wieder separat beschaffen, einbauen und verwalten muss. Du hast es auch schon gesagt, aber ich möchte es auch nochmal erwähnen, rund um diese validierten Designs bieten wir als Distributor den Partnern, die solche Anforderungen bei ihren Kunden wiederfinden, auch die Möglichkeit, solche Cluster aufzubauen, zu planen und umzusetzen. Und dabei greifen wir auf die Expertise, die wir mit Cisco gemeinsam gesammelt haben, zurück und tun sowas sehr, sehr gerne, wenn Partner daran Interesse haben. Jetzt gibt es aber auch grundsätzlich, sage ich mal, eine Schattenseite der künstlichen Intelligenz, nämlich das Thema Datenschutz. Und da scheiden sich die Geister auch. Wie ist deine Meinung dazu? Unternehmen haben große Bedenken, Peter. Große Bedenken gegenüber generativer KI und das ist auch absolut gerechtfertigt. Cisco hat im Rahmen einer weltweiten Studie 2600 Unternehmen, darunter etwa 200 in Deutschland, zu diesem Thema befragt. Und dabei wird es deutlich, dass jedes dritte Unternehmen den KI-Einsatz aufgrund von Datenschutzbedenken verbietet. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, auch diese Studie ist im Netz zu finden. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Zurück zum Thema und einen Blick auf Deutschland. Hierzulande sind Unternehmen aufgrund von Datenschutzbedenken besonders, besonders vorsichtig bei generativer KI. So beschränken 76 Prozent die Dateneingabe. 69 Prozent der Unternehmen regeln zudem, welche Gen-AI-Tools Mitarbeitende nutzen dürfen. Und 35 Prozent haben ihren Einsatz sogar ganz verboten. Na, dann kann man nur hoffen, dass es da auch diese Transparenz gibt, damit es nicht zum Showstopper wird, weil wir haben ja ganz am Anfang des Podcasts verstanden, das ist eigentlich eine Riesenchance. Blöd wäre, wenn jetzt Datenschutzrichtlinien verhindern, dass man diese Chance auch nutzen kann. Wie macht ihr denn, wie geht ihr selber bei Cisco damit um? Unsere Produkte und Lösungen mit KI zu veredeln, bringt auch eine Verantwortung mit sich mit. Das ist uns allen klar. Und wir nehmen den Schutz von Daten, insbesondere von persönlichen Daten, ganz ernst. Transparenz, Fairness und Verantwortungsbewusstsein sind wichtige Elemente für uns. Und daher haben wir im Jahr 2019 das Responsible-AI-Framework gegründet bei Cisco. Und jede Idee, jede Realisierung geht durch dieses Framework und wird entsprechend nach sorgfältiger Überprüfung freigegeben. Vielen lieben Dank für diesen tollen Einblick, den du uns heute gegeben hast. Denn einerseits, wie man als Unternehmen die KI nutzen kann, um die Benutzererfahrung der Produkte zu optimieren, oder sogar Funktionen, die im Wettbewerb ihresgleichen suchen, zu entwickeln. Auf der anderen Seite, also wir hatten Beispiele wie zum Beispiel Collaboration-Lösungen, Rauschunterdrückung, Bandbreitenoptimierung, aber auch im Security-Bereich die Optimierung von Cases bzw. Logs und die Fokussierung auf die richtigen und wichtigen Logs bis zur Reaktion der Automatisierten. Im Netzwerkbereich hast du über Telemetrie gesprochen, was auch super spannend war. Und wir wissen, wenn wir heute eine KI-Technologie einführen möchten und die bei uns selbst betreiben wollen, ob das nun eine gemietete Fläche ist oder unser eigenes Rechenzentrum, habt ihr die Technologie dazu, die auf Standards basiert, um die Verwaltung einfacher zu machen. Und dann haben wir auch noch kurz über den Datenschutzaspekt der KI gesprochen. Super spannendes Thema. Das Interessante an diesem Thema ist, wahrscheinlich können wir in drei Monaten nochmal darüber sprechen. Das hat sich wahrscheinlich unglaublich viel dazu geändert. Das macht es so spannend. Deswegen würdest du jetzt direkt meine Einladung zum nächsten Mal mitnehmen. Und wann immer wir nochmal was dazu sagen können, bist du herzlich eingeladen. Sehr gerne komme ich nochmal. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat richtig Spaß gemacht. Mir erst. Vielen lieben Dank, Faruk. Jo, ciao. Vielen lieben Dank fürs Reinhören bei den IT-Komplizen. In der nächsten Folge werde ich zusammen mit einem Kollegen, Thomas Petzolat, mal drüber sprechen, wie Projekte bei uns ablaufen, wenn die Partner über uns Dienstleistungen kaufen. Das waren die IT-Komplizen. Der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.